Wir sind Pierre Emil Heubert und Patrick Beinauch! Der Liebling bei den Jüngeren, ein fantastischer Fußballer, Usterfuhlitz, Gscheda Schakini! Er hat heute Geburtstag, alles Gute, Luis Gustavo! Hier ist David Alaba! Claudio Pizzaro! Er hat heute Geburtstag, alles Gute! Er hat heute Geburtstag, alles Gute! Er hat heute Geburtstag, alles Gute! David Martínez! Alka von Stur! Luis, haben wir gesehen, den kompletten Kassi, der Dattel! Peter Heide kennt den Jener, einer der geilsten Fußballer, unser Thomas Wille! Und die Kassi, der Kassi! Hosmer! Was ist das Gute, das Gute! Bumbley! Finale! Noch ein paar Sekunden zu spülen! Da kommt der Mann an den Ball... Und noch einen Atem, und noch einer! Und der schiebt er vom Wange und macht diesen Siegtreffer! Und das war ja nur ein Tor von vielen Dichtigen, die er schon für den FC Bayern geschossen hat. Einmal in unsere Nummer 10, Adi Lange-Rombe. Mit dem Nummer 7, beim FC Bayern München, Frau Biedewin. Und das war ja nur ein Tor, das war ja nur ein Tor. Und das war ja nur ein Tor, das war ja nur ein Tor, das war ja nur ein Tor. Herzlich Willkommen in München, Mario Gimze. Wir können alle in der kommenden Saison nicht Tiano singen, sondern zum Beispiel Tiano, Tiano, Tiano. Hier ist ein Tor, der Kielbäckse, von FC Bayern München. Und das war ja nur ein Tor, der Kielbäckse, Tiano, Tiano! Die ersten Spiele wecken da, nutzen auch mehr. Wie gesagt, meine Damen und Herren, wer in der Nürnberg? Herzlich Willkommen in München, Tim Ferriola! Werder! Der Kielbäckse, der Kielbäckse, der Kielbäckse ist ... Untertitelung des ZDF, 2020